Moin, Moin, liebe Leute! Willkommen zum neuen Part Sparks Challenge! Letzte Folge ist ja relativ knapp geworden, aber... Das wollen wir heute mal ändern. Und unser Pferd ist da unten. So, du kommst jetzt mal mit, ne? Ah, nein, nicht da rein. Ah, oh Gott. So, ich bräuchte eigentlich hier so eine dieser... Wie heißen die? Äh, Leinen? Oder? Ähm, allerdings hab ich erstens nicht genug Strings dafür. Und zweitens... Ähm... Ja, und zweitens bräuchte ich dafür ja Slime-Bälle. Und dafür müsste ich dann erstmal irgendwo halt so hin. Ja, kann man so sagen. Ich müsste dafür halt einen Sumpf finden. Und das ist nun mal das Problem. Ich hab hier weit und breit keinen Sumpf. So, eingekesselt, hä? Ja, das würde ich auch sagen. So, hab ich dann hier erstmal... Das Ganze. Ich glaub, ich kümmere mich dann erstmal so um die Tiere. Oder? Ich weiß nicht. Auf jeden Fall Fenskate. Das hämmer ich dann einfach mal hier hinten rein. So. Da brauch ich das so oben weg. Steig drauf. Kann das Ganze aufmachen, aber es passt nicht durch. Ah ja, Pferde brauchen ja ein, zwei großen Abstand. Mann. So muss ich hier neben auch noch eins hin... Klotzen. Hin, ähm, klotzen. Kann man das so sagen? Klotzen? Ah, weiß nicht. So. Und weiteres. Fenskate. Also, ich muss dann, glaub ich, beide aufmachen. Und dann müsste ich, glaub ich, durchkommen. Ja. Okay, so können wir das Ganze auch machen. So. Dann. Für diesen Part. Ja. Bisschen da rum... Äh, komm. Wurde ich mal sagen. Äh, ähm. Kühe hatten wir hier mal irgendwo. Die hab ich alle, ja, getötet. Wegen Essen. Ah, Mann. Du bist die Entscheidung überhaupt. Und, ähm. Ja. Hier muss ich, muss ich hier da mal ein bisschen rumsehen. Was soll ich denn jetzt, was könnte ich denn jetzt machen? Ich zieh mal hier kurz mein Audeste, zieh mal kurz ein bisschen rüber. Ähm. Fisch. Dafür brauchen wir ebenfalls nochmal mehr Strings. Auch ein Problem. Oder ich geh jetzt einfach ein bisschen runter und mine mal weiter. Ich kann jetzt runtergehen und ein bisschen weiter mine. Ähm. Oder hab ich noch Weed dabei? Nein, hab ich's nicht. Ich will mir dann nämlich nochmal ein Schaf hier reinholen. Geht natürlich auch. Da hinten haben wir... Okay, das Schaf ist nicht drin. Zum Glück. Äh, so, so und so. Ähm. Wo sind denn unsere Seeds? Da sind die. Eins, zwei, drei. Das andere ernt sich jetzt einfach mal nicht. Und jetzt, äh, lass dich mal antun. Ja? Komm mal mit. Hier. Ja. Ja. Hier lang. Hier lang. Ja. Gut. Ja, komm hoch. Komm hoch. Es ist kein weiter Marsch. Es ist kein weiter Marsch. Und? Komm mal mit. Komm mal mit. Ja, schön. Genau so will ich das haben. Ja, jetzt komm mal hier rüber. Ja. Dann haben wir hier was. Nein. Nein. Komm mit. Na, so. Geht doch. Und jetzt hier rein. Ähm. Ja, passt. Und so. So, zwei Tiere haben wir schon mal, oder? Äh. Nein, Huhn brauchen wir. Schünerbau und so. Alles brauchen wir noch. Ich frage es nur, wie ich das herkriegen soll. Äh, egal. Meinen wir einfach mal ein bisschen. Dann gehen wir. Dafür gehen wir hier mal unseren. Mining Gang hier runter. Gehen wir mal hin. Oh Gott. Und, naja. Gehen wir mal runter. Ich weiß nicht, was ich hier zu sagen soll. Äh. Besonders. Wir brauchen noch Gold, ne? Gold brauchen wir noch. Und. Diamanten. Und ich habe auch so sehr vergessen. Ich habe ja letztes Mal elf. In den letzten beiden Parts irgendwann. Aufgezählt, dass man elf Diamanten braucht. Aber wir brauchen ja, ähm. Dreizehn. Wegen halt dem Uncharted-Table und allem. Drum und dran. So. Die Kiste war leer. Irgendwo hier war dort noch hier so ein, äh, wie ist es nochmal? Cave. Ja. Soll es hier irgendwo sein. Ich weiß auch nicht mehr genau wo. So. Immerhin haben wir hier alles ausgeleuchtet. Jetzt schließlich dann auch was Gutes gehabt. So, hier war der Cave. Da drüben haben wir Gold. Das ist gut für uns. Wir haben außerdem noch, äh, ja, mache ich mir mal wieder ein paar Fackeln. Ähm, und ich muss hier mal so was Brot essen gehen. So, da haben wir ein bisschen Kohle. So. Kohle, 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 Kohle. Kohle. Und warum kommt das hier gerade irgendwie nicht im Mikro an? Ich weiß es nicht. Ah, Gott. Kohle. So. Ich hab eigentlich auch schon mal so von ein paar Servern so, ja, so ein bisschen angewöhnt, mich so an Lava sehen und langzugraben. Ist aber auch einerseits ein bisschen gefährlich, wenn man sich's nochmal anguckt. Aber, nun ja. Muss, glaube ich, immer sein. So. Lapis Lazuli. Und ich grabe mich hier. Ah, in der Decke ist ja noch ein bisschen was. Okay. Okay, schön. So. Hier mal lang, mal weiter. Ähm, mit der Steinspitze ist es mir lieber. Ist mir lieber, weil Stein aber nicht so kostbar ist, ja? Muss man ja ehrlich so sagen. Oh, Gott. Ah, Redstone. Auch so ein guter XP-Bringer. Ah, wirklich so ein extremer XP-Bringer. Weil es ist ja irgendwie so... Ich weiß nicht. Kommt das eigentlich immer auf die Menge an, wie viel XP man bekommt? Ähm. Holz, Spitzhacke. Sonst hab ich hier bald unten keine Spitzhacke mehr. Das wär, äh, schlecht. Wohlgemerkt wär das schlecht. Ähm. Okay, die hält noch ein bisschen was aus. Aber sonst wird's gleich langsam nicht mehr lustig. So. So. So, ich grad mich einfach mal da ein bisschen rüber, ne? So ein bisschen Blick. Ein bisschen Blickkontakt suchen. Und das da sieht grad nicht günstig aus. Hm. Ah, hier kann man rüber. Ah, hier dann wahrscheinlich wieder abbiegen. Ja. Hier geht's dann auch wieder rüber. War's das hier schon jetzt? Ja, sieht, äh, ziemlich so aus. Als wär's das hier schon gewesen. Ähm. Äh. Ne, lassen wir's. Ich geh wieder nach oben. Also hat das hier unten so ziemlich überhaupt nix gebracht. Aber, nun ja. Äh, schnell nach oben, sag ich jetzt einfach nur. No contest here. Kann man jetzt ein... Das stimmt ja sogar diesmal. Ja, haha. Eigentlich lag ich noch mal kein Scheiß. Aber, egal. Da drüben ist es ziemlich dunkel. Da drüben war ich auch noch gar nicht. So, dreh ich hier mal die Lava so ein bisschen ab. So. Und... Hier ist eine... Ein kleiner Vorsprung, aber da oben wollen wir doch gar nicht hin. Und da war wie er liest am... Ambient oder so. Keine Ahnung. Ist ja so... So eine Sounddatei ganz halt, ne? Die so... Wenn man irgendwie so in einigen Sachen ist, wird die ja ganz abgespielt. War die gerade schon wieder. Ich weiß nicht, ob man die in der Folge hören wird. Aber, egal. Dann wieder hoch mit uns. Ich weiß nicht, wie hell es da oben ist. Ah, es scheint noch Tag zu sein. Immerhin etwas. Und schon wieder haben wir die Hälfte der Folge nix gemacht. Ai, ai, ai. Aber ich muss auf jeden Fall Spitzhacken machen, ne? So Eisenspitzhacken wären so. Wären toll. Machen wir wahrscheinlich auch eine. Ja. Ja. Oder ja, eine sollte gleich reichen. Ja, eine sollte reichen. So. Eigentlich bin ich nur hier oben, um Rohstoffe zu holen. Ich hab eigentlich alles, ne? Holz hab ich genug. Pferd und Schafe sind dort. Ähm, eins, zwei, drei. Und... Dann brauch ich mir noch mal das hier. Und ich brauch ja ebenfalls hier noch Kürbisse, ne? Ohne Kürbisse geht ja gar nichts in der Welt. Und vor allem brauch ich die ja, um gleich schon zwei Missionen, oder zwei Quests abzufertigen. Zwei Stück. Dafür brauch ich Kürbisse. Und Kürbisse hab ich nicht. Dafür müsste ich wahrscheinlich auch noch hier so weit, welt, weit weg in die Welt. Also, eigentlich wär so ideal, wär sowas wie, äh, Spark, glaub ich, gefunden hat. So ein, äh, Wald allgemein. Ist das, glaub ich, auch noch so ein Blumenwald oder so? Ich weiß gar nicht mehr. So genau. Ja. Abgehackte Sprache, yo. Ähm. Ja, das wäre, glaub ich, ideal gewesen, aber haben wir leider nicht bekommen. Das Leben ist kein Wunschkonzert. So, dann wieder hoch. Fledermäuse, yay. Ich hasse Fledermäuse. Oh, Eisen. Noch mehr Eisen. Okay, ich glaub, ich baue mich mal rüber. Wo ist so unten erstmal irgendetwas? Na, sieht nicht so aus. Immerhin etwas. So, gehen wir mal runter. Ohohoho. Was haben wir denn hier? Oh Gott. Was ist denn jetzt alles? Überall, überall, überall Gänge, wo, ähm, uns daherkommen könnten. Und ein Wassersee. Davon hatte ich irgendwie früher in meiner Minecraft-Anfangszeit deutlich mehr gefunden, ja. Also, es ist irgendwie bei mir hier weniger geworden. Ich hab noch vier Minuten auf der, auf der Uhr. Gut zu wissen. Ähm. Tada. Und, ja. Äh, ich guck hier, ich guck mich hier erstmal ein bisschen um. Let's da nochmal ein bisschen umgucken. Eigentlich will ich hier nur nach unten, ne. Nach unten Diamanten suchen. Und wenn man welche findet, dann ist klasse. Wenn man, nee, wenn nicht, ja. Dann, äh, Arschkarte, ne. Ops. XP-Bringer. Also, ich farm hier ja ganz schon so ein bisschen was zusammen, ne. Für die eine Queste. Oder halt, das ist eine, was wir erfüllen müssen. Also, für dieses Level 30 Schwert halt. Erfahre ich mir hier schon XP zusammen. Das ist auch nicht so schwer. Ohohoho. Das, den Fehler mach ich nochmal. So, XP bekommen. Das Redstone geht mich persönlich überhaupt nix an. Und hier unten ist sehr, sehr viel Lava. Ohohohoho. Obwohl, nee, der Screenshot ist, glaube ich, ein bisschen wichtiger. So. Dann. Einer. Und. Äh, war das jetzt wirklich nur zwei? Ja, scheint so. Zwei. Wir haben vier. Wir haben vier Diamanten. Yeah. Das sieht mal hip aus, ja. Können wir auch gleich unsere erste Dia-Dia-Spitzsacke machen. Und dann. Wird das hier vielleicht sogar auch etwas. Ja, wer weiß. Vielleicht wird das ja wirklich mal was. So. So, haben wir hier raus doch noch etwas Gutes gezogen. Ich versuche mich mal so an die Oberfläche zu begehen. Oder zu begeben. Entschuldigung. Und. Ja, dabei nehme ich noch mal alles mit. Wird wahrscheinlich nicht mal so in der, in den Party reinpassen. Oh Gott. Und. 14 Minuten haben wir schon. Wow. Geht aber ordentlich schnell. Ich gucke mich noch mal so ein bisschen um, wo es hier raus geht. Na, hier geht's, hier ging es nicht raus. Ging es hier noch mal raus? Hier unten oder was? Ähm, ja, sieht gut aus. Ja, hier unten, hier geht's auch raus. Schön. Und hier finden wir immer Gold, ja? Gold, das brauchen wir ja unbedingt. So. Oder ich glaube einfach hier unten. Ja, geht auch. Ja. So, noch mal ein paar Sticks. Und 16 Fackeln haben wir damit dann wieder erreicht. Sonst noch irgendwas hier unten? Ich sehe momentan noch nicht alles. Aber der Part neigt sich so ziemlich dem Ende. Also dann vielen Dank fürs Zuschauen. Hau da rein. Bleibt am Ball. Und ciao.